Manifestieren, 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 er sieht's nicht, er sieht's nicht, er sieht's nicht, er sieht's nicht, manifestieren, er sieht es nicht, er sieht es nicht, manifestieren, er sieht es nicht, 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 Was ist denn? Was ist denn? Nein, du machst nicht, machst nicht, don't do it Nein Er lässt sich Zeit, er sieht's nicht Er hat sich Zeit gelassen Safe, call, safe Safe, 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 chat, macht euch keine Gedanken Macht euch keine Gedanken, er hat's nicht gesehen Unmöglich, unmöglich Auch 750 hat seine Grenze Nein, 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 nein Don't worry Er hat's nicht gesehen, er hat's nicht gesehen, er hat's nicht gesehen Er hat's nicht gesehen, er hat's nicht gesehen Manifestieren, 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 manifestieren Er hat's nicht gesehen, er hat's nicht gesehen, manifestiere es Er hat's nicht gesehen, er hat's nicht gesehen, er hat's Manifestierung, Manifestierung Er hat's nicht gesehen Er hat's nicht gesehen, and he sacrifices the pawn Äh, was war Lass doch mal stehen. Ja, ich bleib stehen. Du bist ein Mann. Mach dir irgendwie gerade kurz. Okay, ich bin ein Mann. Okay, danke. Dein Charakter. Hast du so lange gebraucht? Ernst? Was? Warum heißt die Lobby? Wie leck mich. Die Lobby, das war ein Versehen, sorry. Das ist kein Versehen, nein. Sorry, nee, das ist auto-generated. Sorry. Es ist auto-generated. Nein, es ist nicht auto- Was redest du? Das ist so eine Lüge, Alter. Gar nicht wahr. Doch, aber sowas von wahr. Ja, gar nicht. Und ich verstehe, wenn Leute das problematisch finden. Es wird so gottlos, wenn ich mein Model habe. Wow, das ist ein Eingeborener. Wo? Stell dir vor, ich würde, keine Ahnung, irgendwie sterben, einfach so umfallen. Nein, ich werde dich nicht ficken, wenn du tot bist. Warum nicht? Wenn du tot bist. Oh, aber wahrer, findest du mich dann nicht mehr attraktiv? Syxen, okay? Können wir bitte das Thema wechseln? Also, findest du mich nicht mehr attraktiv, wenn ich tot wäre? Wirklich? Da gab es diese eine Folge. Ich will es gar nicht erst aussprechen, weil ich Angst habe, dass ich es einfach falsch ausspreche. Ihr kennt alle diesen Fluss mit dem N-Wort, ne? Ne? Diesen blöden Fluss, der in Afrika durchfließt. Mit diesem Buchstabil-Wettbewerb mit Foxy. Der Hure. Wo sie so getriggert war, dass sie das N-Wort buchstabieren muss. Obwohl es einfach nur um diesen scheiß Fluss ging. Aber literally. Ich weiß nicht mehr, wie es ist. 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 Vielen Dank.